Willkommen zu einer weiteren Runde Warhammer News. Heute gibt es nach langer Durststrecke, in der Games Workshop und Creative Assembly für eine Weile wahrscheinlich im wohlverdienten Urlaub gewesen sind, zum ersten Mal seit Langem wieder etwas Neuigkeiten. Und wenn ihr weiter über Neuigkeiten informiert sein wollt, lasst natürlich gerne das Abo da und einen Kommentar, falls ihr was wisst, was mir noch entgangen ist. Also, Games Workshop hat auf ihrer offiziellen Warhammer-Community-Seite einen Tagebucheintrag zu ihrem alten Weltentwicklungsblog dargelassen. Warum das auch für Total Warhammer wichtig ist, erkläre ich euch heute in diesem News-Video, was das für uns bedeutet. Aber kleine Werbe, ein Schub. Wenn ihr Lust habt, den Kanal zu supporten, guckt gerne beim Patreon in der Videobeschreibung vorbei. Oder auf dem MMOGA-Partnershop vom Hamster, kriegt ihr alte Spiele wie Total Warhammer, falls ihr ihn noch nicht habt. Vierfrag-Standard-Fraktion, Zwerge, Menschen, Grünhäute und Vampire sind da drin. Für L50 deutlich günstiger als auf Steam und der Hamster wird ein bisschen supported. Gut, also, alte Welt, Warhammer-Community und Total Warhammer. Wie hängt das Ganze zusammen? Nun, für alle, die es nicht wissen und vielleicht auch zur Erinnerung für die, die es wissen. Total Warhammer basiert auf dem Games Workshop-Tabletop-Spielsystem, genannt Warhammer Fantasy Battles, bei denen man diese Modelle, die man sich von Hand angemalt hat, Schlachtfelder hat gestellen lassen und dann hat man die so auseinandergeschoben und gewürfelt und gegeneinander gespielt. War das erste Spielsystem, glaube ich, das große von Games Workshop und ist aber nicht so ähnlich gut gelaufen. Jedenfalls als Warhammer 30k, das Science-Fiction-Szenario, das mit Sicherheit jeder kennt, mit den Space Marines und so rausgekommen. Es hat sich schlecht verkauft, wollten wenige Leute spielen und auch die Spielerschaffer haben sich da nicht so richtig austoben können mit der Zeit, weil es war halt die alte Welt, es gab halt eine Welt und kannst natürlich wie bei Warhammer 40k einfach irgendwie das nächste Planetensystem und eine neue Fraktion entdecken, die da noch nie war, wie die Tau zum Beispiel. Oder irgendwie die Tyraniden, die auf einmal von außen kommen. War aber schon eingeschränkt, wurde nicht gut verkauft. Nachdem Herr-der-Ringe-Spielsystem rauskam, hat er sofort die Verkäufe von Warhammer Fantasy Battles überholt und da hat man sich halt irgendwann entschieden, die End Times einzuleiten, in der übrigens auch Total Warhammer spielt, also die Chaos-Invasion, die die Welt dann vernichtet und zum Advent der Warhammer Age auf Sigma Welt führt. Für die Creative Assembly zwar keine Lizenz, hat aber manche Einheiten sind trotzdem schon irgendwie drin, aber das ist so ein Detail, das Creative Assembly mit Games Workshop untereinander sicherlich lehrt. Details dazu, warum es eigentlich zu Ende ging, könnt ihr auch auf YouTube finden. Ich habe da so ein Video mir angehört, The Painting Base, wo sich ein Fan mit einem Entwickler von Games Workshop, der früher bei Games Workshop war, unterhalten hat und diese ganze Geschichte aufbereitet hat. War ziemlich interessant, fand ich meiner Meinung nach. Habe es mir gerne angehört, als ich mein Blood Bowl Team angemalt habe. Auf jeden Fall war Warhammer Fantasy Battles nicht wirklich ein Fan-Favorite. Niemand hat es gekauft und nur wenige Leute haben es gekauft oder gespielt. Wurde beendet, aber dann kam Total War Warhammer. Games Workshop verteilt ja ihre Lizenz mittlerweile Konfetti an alle, die es haben wollen, an alle möglichen Klitschenfirmen wie Creative Assembly. Kleiner Spaß. Und ja, sie haben es sich also geholt und Total War Warhammer gemacht. Und das lief gut. Das lief ziemlich gut. Ich glaube, es war das am besten verkaufteste Total War-Spiel, das Creative Assembly jemals hat. Und das kam am, an welchem Tag? Genau. Das kam im Jahre 2016 raus. Warhammer 1 und Warhammer 2 im Jahre 2017. Und Games Workshop, als ich das angesehen habe, hat gedacht, uh, der verkauft sich echt gut. Vielleicht machen wir da noch was. Und dann kam es einen News-Blog, einen kleinen Teaser von Warhammer, Games Workshop Age of Sigma, am 14. November 2019, wie sie gesagt haben, everything comes around again, even squares. Weil das Armee-Spiel damals auf diesen Vierecken basiert ist, also auf diesem Regimenter-Format. Und da wurde dann gesagt, ja, wir bringen auch Warhammer Fantasy Battles mit dem Namen The Old World zurück. Es wurde damals gesagt, es dauert noch eine ganze Weile, nämlich Jahre. Und zwar mit Sicherheit mehr als zwei, vermutlich drei oder mehr Jahre. So, das wurde 2019 gesagt. 2019, 20, 21, 22, drei Jahre sind jetzt um. Wir sind jetzt praktisch im vierten Jahr. Und die Anzahl der News-Blog-Posts von Games Workshop häufen sich. Und wir kennen auch schon die massiven Überschneidungen, die es zwischen Warhammer Old World News gegeben hat und den Updates, die es für Total Warhammer gegeben hat. Unter anderem wurden hier schon zwei Jahre vor dem Release von Kislev in Total Warhammer 3 Kislev mit den Einheiten, die es geben würde, hier bei den Blog-Posts von Warhammer Community, von Games Workshop angeteasert. Wir wissen also, und wir wissen auch schon lange, dass Games Workshop im Rahmen von Warhammer Fantasy der alten Welt und auch The Old World, weil Kislev ist auch angekündigt worden mit der Sarina hier, hier in ihren Blog-News-Einträgen. Ich kann jetzt einmal ganz kurz in die Vergangenheit gehen. Mal sehen, Sarina, ob ich das hier irgendwo, oh Gott, die Suche war leider nicht erfolgreich. Kislev angekündigt, okay, da habe ich den Trailer analysiert, aber die Story war dann leider doch irgendwie schlecht. Ah, genau hier, 23. März 2030 wurden bereits Einheiten, die so bei Total Warhammer 3 dann kommen würden, im Rahmen von Warhammer The Old World angekündigt. Für alle, die sagen, Warhammer or The Old World, das ist doch nicht Warhammer Fantasy-Belsis. Ja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite sind die Überschneidungen gigantisch. Mann, hier. Returning to the world, that was a warmer Old World, wir machen diese Einheit hier auf einmal, sie bei Total Warhammer drin. Also, es ist ja klar, dass Games Workshop zusammen mit Creative Assembly so daran arbeitet und möglichst viele Assets, die sie jetzt machen, gleichzeitig für sich selbst, für ihr Miniaturnspiel und aber auch für Total Warhammer einsetzen werden. Lohnt sich das natürlich extra. Ich meine, wenn jetzt hier ein paar Videospieler kontaktieren, Oh, dieses Regiment, die Schwarzsocks, finde ich genial, will ich mir als Modellregiment kaufen und selbst anmalen, dann sagt der Games Workshop natürlich nicht. Nein, wären sie ja blöd. Also können wir damit rechnen, dass alles oder auf jeden Fall sehr, sehr viel, was wir hier in diesen Blog-Einträgen sehen, auch für uns bei Total Warhammer kommen wird. Und deswegen ist es hier auch der News-Eintrag für Total Warhammer. So, was wird kommen? Also deswegen wissen wir zum Beispiel, dass wir, also ich meine, auch Katai haben sie hier reingebracht, das gab es bei Warhammer Fantasy Battle Disney und sie haben sie eben schon bei Warhammer Community angeteasert und natürlich auch die Ogre und so. Und ganz intensiv haben sie die Grenzgrafen angeteasert und die Karte, die veröffentlicht worden ist, hat auch sehr stark die Gegenden von Tilea und Estalia gefeatured. Also daher, diese DLCs können wir uns eigentlich schon sehr, sehr sicher sein. Okay, aber was steht im Blog-Eintrag? Hier, springen wir einmal kurz rein. Nämlich, wir haben bereits einige Male darauf hingewiesen, wie heftig wir gerade an dem Update zu Warhammer the Old World, der Welt, die war, geredet haben. Und der Zeitraum, in der diese Welt, die war, stattgefunden hat oder stattfinden wird, wird jetzt hier in diesem Blog-Post veröffentlicht. Es ist nämlich die alte Welt und zwar die alte Welt während dem großen Krieg gegen das Chaos. Wer es nicht weiß, ich will es euch nicht übel nehmen. Ich wusste es, ehrlich gesagt, bestimmt vor einiger Zeit auch noch nicht. Es war der große Krieg gegen das Chaos. Davon gibt es viele. Klar, ich weiß, bei Cholo Woma III in der Endzeit gibt es das auch. Es gibt es eigentlich mehr oder weniger fast die ganze Zeit. Aber in diesem Fall war es zur Zeit von Magnus dem Frommen und diese Zeit unter dem Angriff des Imperiums durch den Chaos-Lord nicht Archon, dem Ewig Auserwählten, sondern dem Chaos-Lord Azawakul, dem wahrscheinlich auch Ewig Auserwählten damals, hat auch wieder das Imperium angegriffen, war allerdings nicht so richtig erfolgreich. Der Unterschied von dieser Welt im Vergleich zur Tolu-Woma-Welt war, also erstens, er hat es nicht geschafft, die Welt zu vernichten im Vergleich zu Archon, die er es dann tatsächlich gemacht hat. Der andere Punkt ist, dass hier in diesem Szenario, es war ungefähr dieser Angriff 200 Jahre, bevor die jetzige Geschichte in Tolu-Woma mit Archons Angriff auf die Woma-Welt stattfindet, spielt in einer Zeit, in der das Imperium noch weit weniger miteinander verbündet gewesen ist. Sondern sich mehr in einem Zeitalter des Bürgerkrieges befunden hat. Und zwar in einem Bürgerkrieg nach der Zeit des berühmten Imperators Mandret II. von Zelt, der circa 1000 Jahre vor Karl Franz gelebt hat und auch den Spitznamen trug, Mandret, der Skaven-Slayer. Was auch immer diese Skaven sein sollten, von denen manchmal irgendwelche Leute reden. Also er hatte sogar einen Helm auf dem Kopf, der Mandret, nachdem er irgendeine Ratte kaputt gemacht hat oder weil weiß das schon, was da passiert ist. Und diesen Helm gibt es noch, wird in irgendwelchen Archiven gelagert, aber die Gelehrten der Woma-Welt sind sich ziemlich sicher, dass das kein richtiger Rattenmensch war, sondern nur eine besonders große Ratte. Deswegen wird Mandret II. mehr so ein bisschen als Kindergeschichte angesehen. Ein Rattenfänger-Style. Rattenfänger von Hameln-Style. Da war ich mein Mann, große Ratten. Was soll das denn sein? Lächerlich, diese Geschichte. Auf jeden Fall, nach dieser Zeit von Mandret, dem Rattenfänger des Imperiums, ist dann das Imperium gespalten gewesen in einem großen Bürgerkrieg oder vielleicht eher in einem Krieg um die Herrschaft. Und diese werden hier in einem Blogpost vorgestellt. Und ich hoffe, dass wir die dann auch vielleicht mit einem DLC, vielleicht auch mit einem kleinen Mini-DLC, in dem es wieder auf, das könnte ich mir nämlich ziemlich gut vorstellen, als DLC, der kommt. Nämlich, es war ja in Roma 1, gerade mit dem Tiermenschen und dem Waldelfen-DLC, oder kam das mit Roma 2? Ich weiß nicht mehr so genau, alles so lange her. Dazu könnte ich übrigens auch bei mir einen MMO-Garshop holen. Anderes Detail. War es ja so, es gab Kampagnen-DLCs für die Tiermenschen und für die Waldelfen. Die waren zwar kacke, aber die gab es. Vor allem der Waldelfen-DLC. Meine Güte, war der schlecht. Aber irgendwie sind diese Mini-Kampagnen von Creative Assembly nie so richtig gut gewesen bisher, inklusive der Mini-Kampagnen außerhalb der Grand-Campagne. Aber okay. Diesmal wird es bestimmt besser. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da eine Mini-Kampagne wieder geben wird, die praktisch die Karte der ursprünglichen alten Welt umfasst, so wie es hier auf diesen Karten drauf ist. Also dieser Teil hier oben links, da haben wir dann nur Norska, Estalia, Tilea, Breton, Imperium, das Weltrandgebirge und das war es dann. Und die Grenzgrafen. Und da spielt man dann so eine kleine Mini-Kampagne um die Vorherrschaft. Und zwar mit den Fraktionen, die wir hier auch sehen, die vorgestellt werden. Der Baronie von Westerland. Das ist irgendwie ein Lied, ich weiß noch nicht, wie es geht. Hier steht Margrethe VI. Westerland, das ist die Vorprovinz, das ist auch der Staat, der später mal Marienburg werden sollte, die reich und fett geworden sind durch den Handel, den sie eben getrieben haben. In Dolo Warma werden sie, wie gesagt, durch Marienburg präsentiert. Und diese Gegend ist vor allem dadurch bekannt, relativ zügig von Tiermenschen oder Grünhäuten überrannt zu werden. Also man sieht es ja auch hier rum, da gucken die Grünhäute und die Tiermenschen sind ziemlich böse auf die. Ich frage mich, wie die jemals überhaupt wachsen konnten, wenn die die ganze Zeit von Tiermenschen und Orgs angegriffen wurden. Aber das ist ein anderes Thema oder den Oscar, die anfangen zu blündern. Zweite Fraktion, die wir sehen, ist die Großlordschaft von Osterland in Middenheim von Graf Sigismund Ulrich. Also die dem Gott Ulrich anbeten, so ein bisschen Wolfskriegermäßig. Da ist in Dolo Warma momentan noch nicht viel drin, aber einige Mods gerade in Dolo Warma 2 haben dieses Szenario und diese Wolfskriege des Ulrich im Detail ein bisschen genauer angeguckt. Definitiv Möglichkeit, noch hier eine neue kleine Subfraktion draus zu machen. Später dann eben mit Middenland, denn das sind immer noch zum Teil Ulrich-Anbieter, die es dort gibt. Gibt es ja immer noch im Imperium momentan. Middenland hat in der Kampagne von Dolo Warma die Angewohnheit, gerne von Festus ziemlich schnell vernichtet zu werden. Und Tiermenschen und Orgs und Oscar. Hier guckt auch schon jemand böse hier von rechts rein. Und Tiermenschen sind überall. Wie könnt ihr da wohnen? Naja, egal. Als nächstes gibt es die Principality auf Räickland. Die kennen wir alle. Karl Franz ist in Tuchlo Warma der Anführer dieser Fraktion und ist noch am ehesten an der Standardfraktion des Imperiums, wie wir es momentan kennen da. Und auch hier gibt es im Räickwaldwald so ein paar Tiermenschen. Glücklicherweise nicht ganz so viele. Es wird von Wilhelm I. angeführt und beten Sigma an, den Hauptgott des Imperiums. Und danach haben wir die Duchy of Tullerbeck. Tullerbeckland, kennt ihr auch in Tulleroma 3, ist irgendwo da im Nordosten. In Konflikten bestimmt mit Stirland beschäftigt. Die halten, glaube ich, normalerweise ein kleines bisschen länger durch in der Kampagne, weil sie etwas geschützt sind. Kann sein, dass Drücher und die von Karsteins normalerweise wegprügeln. Räickland eher nicht so. Die halten sich ganz gut, weil nicht so viele Feinde um sie herum platziert sind. Eher vom Hintergrund, und man sieht es auch hier in diesem Schild, so ein bisschen druidenmäßig an andere Götter der Menschen glaubend. Da kann da vielleicht auch noch einen neuen Zauberer dazukommen. Eher so Jade-Zauberer-Style. Das ist auf jeden Fall ein Imperium, das geschwächt ist von Jahrhunderten des Bürgerkrieges. Also zu dieser Zeit, in der er das spielt, ist das Imperium schon praktisch seit tausend Jahren nach dem Krieg gegen die Skaven. Nein, nein, es gibt keine Skaven. Was soll das überhaupt sein? Was sage ich dir überhaupt? Zerbrochen ist. Und dennoch Magnus, der fromme es, geschafft hat, die Welt zu vereinen, um Azawakul zurückzuschlagen von der Belagerung von Prag. Ich glaube, so ungefähr war das im Hintergrund. Und was bedeutet das für uns? Geniale neue DLCs. Auf jeden Fall den Helm von Mandrit, dem Skaven Slayer. Sieht schon ziemlich gut aus. Gehe ich davon aus, dass wir den auch unbedingt sehen werden. Würde auf jeden Fall passen. Und was noch? Wir werden alles sehen, was bei Warmer Community veröffentlicht wird, wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch irgendwie seinen Weg zu der Welt von Total War finden. Und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit meine ich ungefähr so wahrscheinlich wie ein 2 Plus mit Re-Roll bei Blood Bowl. Also das ist essentiell. Das ist praktisch garantiert. Und alles, was da noch dazu passt, dass alles, was hier in der alten Welt in The World of Wars kommt, in Total Warmer auch kommen kann, sind Aussagen und Veröffentlichungen, die Gangs Workshop schon vorher gemacht hat, nämlich auch in Warmer der alten Welt wird es die Orks und die Bretonen und die Gruftkönige geben. Alle diese Fraktionen wird es geben. Und Games Workshop hat auch selbst gesagt, wo ist es hier unten, Scale, dass alles, alle Inhalte, die man aus dem vorherigen Warmer Fantasy Battles gehabt hat, man kann seine alten Miniaturen verwenden oder man kann neue nehmen. Was auch immer man haben möchte. Und ja, daher gehe ich davon aus. Wir waren Creative Assembly und Games Workshop. Die sind hier in einer sehr, sehr engen Verbundenheit bei der Entwicklung von Warmer the Old World. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen weit hergeholt klingt, aber die Karte ist ja sowieso schon da. Für Creative Assembly ist es dann schon noch relativ einfach wahrscheinlich. Einfach nur diesen Ausschnitt zu nehmen und ein bisschen diese lokalen Schlachten zu machen, um auch auf der anderen Seite Games Workshop wieder ein bisschen zu pushen. Wäre auch noch nicht, was noch nie da gewesen ist. Ob das gut läuft, sei mal hingestellt, ob es auch so kommt. Aber ich würde das unter keinen Umständen ausschließen. Ohne Grenzgrafen. Und sind ja sowieso confirmed zusammen mit den Naga. Wisst ihr ja auch. So, was ist der Hypetrain? Übrigens, wann kommen die nächsten News? Wann können wir mit den nächsten News rechnen? Creative Assembly selbst hat gesagt, es gibt an den nächsten State-of-the-Game-Post, also die nächsten Neuigkeiten zu dem Status ihres Spiels, im Februar, früh 2023. Da kommt übrigens auch Blood Bowl raus. Seid dabei, ihr könnt auch Blood Bowl auf meinem MoGa-Link holen. Noch günstiger als auf Steam. Also kann ich nur empfehlen, macht das. Wenn ihr einen Link klickt, wird für sieben Tage ein Cookie gesetzt und das ist dann sieben Tage aktiv. Wenn ihr dann nochmal auf den Shop gehen müsst, muss ich wieder über meinen Link reingehen, damit das funktioniert. Dann kommt das Update 3.0 irgendwann in Quartal 2, also vermutlich irgendwann zwischen April und Mai. Und ich gehe davon aus und hoffe sehr stark, dass wir noch den Guamma-Chaos-Zwergen-Deal-C irgendwann auch dann im März hoffentlich sehen. Aber spätestens dann, denke ich, mit dem Patch 3.0. Weil warum soll das Ding 3.0 heißen, wenn nicht wirklich eine signifikante Änderung dazukommt. Weil, ähm, ich meine, was sollen die großartig ändern am Spiel? Dass das den Namen 3.0 verdient, wenn nicht eine neue Friktion mindestens dazukommt und entsprechend neue Magie und neues Rebalance reinkommt ins Spiel. Übrigens, Company of Heroes 3 könnt ihr euch momentan auf Steam holen. Ähm, und zwar Probespielen. Ich habe mir das tatsächlich gerade nebenbei runtergeladen. Vielleicht mache ich darüber lieber ein Video. Oh, oh, gerade installiert. Äh, Multiplayer-Tag-Test muss gerade mal updaten. Naja, mache ich mal. Vielleicht mache ich dazu auch ein Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt, es war auch was anderes. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr davon auch Neuigkeiten haben wollt oder gerne mal sehen wollt, wie Hamster seine Miniaturen bemalt. Mein Blood Bowl-Team hat schon echt nette Schuhe. Meiner Meinung nach Orkidas-Schuhe. Die billigsten und die besten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also, ich bedanke mich zuletzt. Jetzt schiede ich.